hallo mein name ist viola ich komme aus kassel und ich habe mich bei diesem yoga retreat angemeldet um in meine innere balance wieder zu gelangen mein name ist anastasia ich komme aus russland aus sibirien bin aber die letzten zwei jahre in münchen und diesmal habe ich mich entschlossen für so eine reise in die türkei zum yoga retreat mein feedback hier zu diesem retreat in der türkei in kessiv resort arena das ist einfach wunderbar gewesen war genau das wichtige für mich für meinen weiteren lebensweg und auch von der landschaft her vom erholungswert her wunderbar tolle landschaft tolles mehr tolle leute ziemlich viel ruhe und wer keinen luxus braucht wird hier definitiven fünf sterne urlaub erleben erholungswert sehr hoch würde gerne noch länger da bleiben ich heiße dimitri ich komme aus bayern aus dem schönen plattling in der nähe von dinge dort und ich war jetzt hier eine woche nicht nur meditieren sondern auch verschiedene yoga einheit dann hat der yoga dann haben wir qigong yoga gemacht und dehnungen medizinische praxis sind dann gemacht massagen gab es hier alles mögliche was das körper wohlbefinden angeht perfekt auf meine bedürfnisse abgestimmt und haben mir wirklich geholfen wieder psychisch und körperlich stabil zu werden hallo ich bin susan und ich komme aus deckendorf und ich habe am yoga retreat hier in fethi teilgenommen ja ich habe am yoga camp teilgenommen weil ich ja ein paar tage für mich verbringen wollte aber doch in netter gesellschaft und yoga ist für mich ein ganz wichtiger bestandteil meines alltags und hier hatte ich die möglichkeit das zu vertiefen so einen geregelten tagesablauf zu bekommen also morgens aufzustehen zu praktizieren und das nicht alleine zu tun sondern mit einer ganz lieben netten gruppe und einer tollen betreuung durch die yogaschule minz mir hat ganz besonders die natur hier gefallen die umgebung und dass man wirklich draußen ist frische luft atmen kann und sich mit dem beschäftigt was einem hier geboten wird und das sind die yoga einheiten das sind die vorträge von eugen die meditation haben mir ganz gut gefallen und auch wirklich wirkung gezeigt und ich habe ganz vielen input mit nach hause genommen um weiter zu machen und am yoga dran zu bleiben ich würde jedem so ein retreat empfehlen es ist auch wirklich für yoga anfänger geeignet so dass man sich da wirklich auch keine gedanken machen muss ob man fit genug ist oder ob man im yoga schon viele praktiken geübt hat ich denke es ist für jeden geeignet der tiefer eintauchen möchte und der einfach mal dem alltag entkommen möchte danke schön das ist meine erste erfahrung mit dem yoga retreat ich war noch nie und habe solche reisen noch nie gemacht ich hatte ein bisschen so angst dass hier alle so große yogi sind und ich praktiziere yoga erst seit so ein zwei jahren aber nicht regelmässig und so meine große überraschung waren hier sehr unterschiedliche leute wir waren insgesamt elf personen zusammen mit zwei trainer zusammen mir hat alles sehr gut gefallen und wollte einfach nicht eine ohne grüße preise machen sondern einfach was für meine seele tun auch für meinen körper ich würde jedem egal ob man viel und seit langem yoga praktiziert oder keine ahnung davon hat würde ich jedem so einen aufenthalt im yoga retreat im kirche 5 weiterempfehlen hier findet man leckere lebensmittel super panorama blick warmes wasser auch zum schwimmen verschiedene yoga praktiken wir starteten schon um 7 mit sonnengruß und endeten unsere praktik abends um 20 uhr mit mantra alles hat mir sehr gut gefallen ich habe auch neue sachen für mich gelernt und ich fühle mich nach nur einer woche eigentlich sehr sehr entspannt ruhig motiviert voller energie und kraft für meinen alltag jetzt wieder in münchen und ja vielleicht sieht man sich wieder da ich würde das auf jeden fall jeden weit empfehlen leider ist morgen wieder abfahrt aber wir kommen wieder ja 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 ja